Ich die überflasche. In Offentlichkeit, 1000 Menschen da drinnen, du sagst... Bruder, ich meine doch nicht, dass ich Chichin damit, Bruder. Ich meine doch nur Magomed damit, ja. Bruder, aber der ist Chichiner, du weißt doch, was ich meine. Ja, Bruder, er kommt doch selber rein. Er macht mit den Leuten Spaß. Er sagt Abutanga, er sagt Pi, er sagt das. Nein, du hörst mich nicht. Du hörst mich nicht. Mich juckt gerade nicht Magomed, mich juckt mein Landsname, versteht ihr? Ihr könnt von mir aus gegenseitig bumsen, Alter. Ich sag das euch. Ich bin auf 180, Bruder. Er sagt immer wieder, ich bekomme Anruf. Magomed wird auf Flasche gesetzt. Magomed wurde das gesagt. Magomed wurde... Bruder, er sagt keiner, verstehst du? Später wird gesagt, der Chichiner wurde gesagt, er sitzt auf Flasche und wir verlieren wegen einem Fisch unsere Stolz. Verstehst du? Ich sag dir nichts, aber ich sag dir offensichtlich, wegen einem Fisch verlieren wir unsere Stolz. Ich will das nicht. Und ich lass das niemandem durchmachen. Wenn du ein stabiler Libaneser bist, dann lässt du über dein Land auch niemandem was sagen. Ist so, oder? Okay, dann soll er auch keinen Spaß mehr mit mir machen. Dann soll er auch keinen Spaß mehr mit mir machen. Er soll nicht mehr... Hamza, er juckt mich nicht. Er juckt mich nicht. Ich juckt nur mein Landsname. Verstehst du? Es wird nicht gesagt, Hamza hat gesagt zu Magomed. Dieser Fischchen hier drinnen, der wird ihn das aufnehmen. Morgen kommt ein Video. Aber Hamza hat Tschetschener beleidigt. Er sitzt auf Flasche. Ok, Rios. Losnibler